Ähm, ein besonderes Serum zur Beseitigung von E-Serie Individuen. Vielleicht kann es Evelyn vernichten, wenn man es hier injiziert. Ja, dazu müssen wir erstmal kommen. Ich glaube, ich glaube, es steht ein Kampf bevor. Ich werde es erstmal fleißig speichern. So, warte. Kommen wir hier oben. Ja, möchte ich gerne mal schreiben. Ich bin mir sicher. So, ihr seid doch da, ne? Hallo. Ich weiß, es war gerade zu too much information, aber es war ja klar, dass es irgendwann aufgelöst werden soll. Dass irgendwann... Aber warte, bevor ich jetzt da langgehe, ne? Warte mal, bevor ich jetzt da langgehe... Es ging doch hier hinten noch weiter. Oder irre ich mich da? Ging es hier hinten nicht noch irgendwo weiter? Hier war da auch noch was. Warte mal. Hallo. Da ist dichter. Aber was war denn hier? Achso, da kommen wir da oben lang. Achso, aber ich schaue mal nochmal eben hier, ob hier irgendwo... Was ist das denn? Huch, das ist gar nichts. Entschuldigung. Da ist eine Kiste. Aha. Die haben wir nämlich liegen lassen. Flintenmunition. Hey, geil. Können wir direkt nachladen. Okay, ich würde sagen, dann haben wir soweit alles. Munition 7. Boah, wir sind so... Wir sind so am Arsch. Wirklich am Arsch. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar jetzt schon vielleicht das große Finale auf uns wartet, weil die Tür sieht danach dementsprechend aus. Na, toll. Halleluja. Oder auch nicht. Oh, warte mal. Verbesserte Pistolenmunition. Juhu. Yeah. Ah, es ist eine gewaltige Tür, wenn ich das mal sagen darf. Da kommen wir aber nicht rein. Na. Okay. Da geht es anscheinend nicht rein. Pff. Oh Gott. Ist das echt Outlast? Das sieht wirklich aus wie Outlast, wo man dann mit dem Fahrstuhl runterfährt. So alles so eisig und so. Da haben sich aber echt viel abgeguckt, oder? Oder meine ich das nur? Sieht verdammt so nach Outlast aus. Oh Gott. Bleib da. Wer auch immer da ist. Geh weg. Lass mich. Was ist das denn? Bomben. Wieso kriegen wir so viele Bomben? Toll. Jetzt habe ich das Schiefpulver abgegeben. Jetzt hätte ich Munition bauen können. Ich hegel. Ich bin so schlau, ne? Warte mal. Aber wenn wir jetzt schon Chemikalien haben. Ich baue nochmal eben schnell fix, ähm, ähm, Munition. Munition. Warte mal. Wollen wir denn hier, äh, Schiefpulver? Da. Einmal. Und dann kombinieren. Da. Munition, ne? Munition. So. Das müssen wir eigentlich... Standardpistole, 85 Maschinenpistole und... Hä? Haben wir nicht. Okay. Naja. Immerhin. Ach nee, Standardmunition war das ja, ne? Genau. Müssen wir ja schwere Chemikalien haben. Eine Tür. Vor allem, wir gehen immer weiter nach unten. Oh Gott, nein. Ich höre sie schon. Ich höre sie schon, Summen. Und was ist eigentlich mit der Oma? Wo ist die Oma? Oh nein. Hallo? Wo ist das da oben? Ich komme mir gerade vor wie im Phantasialand. Die Silbermine, die ja nicht mehr existiert. Oh Gott. Evelyn! Hier ist dein Papa. Du sollst nach Hause kommen. Du hast Stubenerrest. Ja. Sie hat aufgehört zu singen. Aber das hat auch die Oma gesungen, ne? Dieses... Ich habe keine Zeit zum Sterben. Ich habe keine Zeit zum Sterben. Sportgefahr. Was ist hier los? Was ist hier los? Alter. Das ist ja ekelhaft. Geht sterben. Lass das. Lass das. Lass das. Lass das. Warte mal. Oh, Kraut. Ey, super. Uh. Kann ich das Seil mitnehmen? Damit kann ich Emily fesseln. Einfach aufhängen. So. So. Hör auf damit. Lass deine scheiß Kacka da. Alter. Das gibt es doch nicht. Geh weg. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Aua. 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 Lass das. Aua. Jammer. Habt ihr mir nicht mal beten beigebracht? Die Evelyn? Mein Gott. Du sollst doch mal beten. Ich könnte ein Dings gebrauchen, ne? So ein Trank. Alter. Was ist hier los? Oh. Eine Kiste. Was war das für ne? Okay. Okay. Ich glaube, wir müssen ganz nach oben. Ich glaube, wir werden noch weitere Gesellschaft jetzt bekommen. Also vermute ich mal. Hallo. Da ist mein Schleiner. Da ist mein Leben in der Einzige. Da kommt noch einer. 100 Pro. Hallo. Das sieht echt aus hier wie in einer Silbermine im Phantasialand. Ohne Spaß. Für die Leute, die ihn noch kennen. War mal so geil. Hallo. Stimmt. Ich habe ja Bomben, ne? Wenn ich hier reingehe, kommt einer. Ich weiß es genau. Oder auch nicht. Sonst ist hier aber auch gar nichts. Boah, wie das alles am Schlabbern ist hier. Ja, ich weiß es hier. Komm aus. Schlaf um mich. Komm aus. Schlaf um mich. cker. Ja, versterben! Ficker! So. Alter, was ist denn hier los? Ich verbrauche mir gerade meine ganzen Heiltränker, die Affen. Kann ich nochmal einen Heiltrank herstellen? Natürlich nicht, ne? Nein, die fehlt schon mit Gahlie. Ich bin gespannt, wie die das hinbekommen haben mit dem Final-Kampf. Mit Evelyn. Oh Gott. Habe ich erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Uah. Hallo! Jetzt gibt's kein Zurück. Evelyn, du oder ich. Einer muss sterben. Und ich will's ganz sicherlich nicht sein. Aber im Gegensatz zu dir kann ich laden. Äh, wat? Wat? Lass mich in Ruhe, ich hab'n Messer. What the fuck? Oh, nicht der schon wieder. Ernsthaft? Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Nein, aua, lass das. Aua, 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 alter. Und auch noch zwei direkt. Natürlich. Warum denn nicht? Ja, das war's. Alter, was war das denn? Wie gemein. Kommt der Fettisch schon wieder da? Das ist doch nicht wahr. Voll am Abkotzen. Und vor allem direkt zwei, weißt du? Toll. Dicker moldet. Wenn diese Dinger auf einen Zugrand kommen, sollte man auf die Beine zielen, um die Kreatur zu Fall zu bringen. Ja. Bring mal deine Mama zu Fall. So. Ja, Freunde. Ich würde sagen, wir testen das nochmal. Ich leg mir nochmal die Bomben dann mal eben schnell auf den, äh, Slot. So, wo sind wir jetzt? Ah, hier, wunderbar. So, ich weiß ja, was jetzt kommt. Ähm. Obwohl, warte mal, wir können eigentlich auch den Granat, den Granatwerfer, das müsste doch eigentlich funzen, oder? Habe ich doch gesagt, im Gegensatz zu dir kann ich laden. Hallo. So, wie sieht aus? Wollt ihr sterben? Äh, lad nach. Ach so, guck mal, Vater und Sohn. Äh, warte. Äh, alter, lass das. Lass das, du fettes Stück. Alter, ernsthaft? Ist er jetzt down? Hurra. Scheiße, ich vergesse das immer. Mann. Alter. Lasst euch scheiße. So. Was habe ich jetzt bekommen? Was war das? Ja, jetzt kommt natürlich. Jetzt bekomme ich natürlich Chemikalie, damit ich mir ein Medipack machen kann. Lief ja ganz gut, ne? Vater und Sohn erledigt. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um. Aha. Maschinengewehr-Munition. Sehr schön. Was ist eine Kampf-Arena, ey? Oh. Oh. Oh, warte mal. Okay, wir haben kein Kraut und kein Schießpulver. Ich frage mich, wo wir sind. Also im Außenbereich jetzt. Hallo. Was wartet denn hier oben auf mich? Ah, ein weiterer Tunnel. Oh. Ich gucke noch mal eben. Man ist ja neugierig, ne? Man sagt ja immer selber in Horrorfilmen oder so, ne? Worum gehen die denn jetzt da gucken? Weil die neugierig sind. Und man sagt selber so an der Mattscheibe dann so, Ja, ich will doch nicht so lange. Ich will einfach wegrennen. Aber hier so im Videospiel machst du das. Oh Gott. Es ist so dunkel hier. Kann ich hier raufklettern? Nein, kann ich nicht. Okay. Okay. Das war mal ein Fahrstuhl. Ähm. Was haben wir denn für Munition bekommen gerade? Ich habe jetzt gerade nicht gelesen, weil ich so schlau war. Maschinengewehr Munition. Aha. Merknamen. Aha. Achso, wir haben Heilmittel bekommen. Sehr schön. Oh Gott. Ich glaube, wir stehen jetzt vorm Finale. Das Problem ist nur, ich glaube, das Messer werden wir jetzt eh nicht brauchen. Das Problem ist nur, Karte des Bergwerks. War hier ein Span... Hä? Hm. Stillgehe ich das Bergwerk. Ja, schön. Mhm. Ja, ja. Ach, mehrere Etagen gibt es hier auch. Guck mal eine an. Büro. Da waren wir gewesen. Labor. Aha. Zuchtraum. Waren wir auch schon. Ich gucke nochmal eben. Und wir sind jetzt hier im... Hier. Im ersten U. Und hier ist ein Speicherpunkt. Und ich weiß nicht... Genau, wo diese Türen führt. Ich werde mal speichern. Das Problem ist, wir haben jetzt hier... Keine Möglichkeit mehr, in unsere Truhe zu kommen. Ich hoffe wir... Ich hoffe nicht, dass das jetzt schon hier Ende ist. Das... Ich habe nämlich keine Muni. Großartig. Hm. Der Rollstuhl. Der Rollstuhl von der Oma. Und das ist der Keller. Ne. Der Keller führt in den... Ach, hör auf. In den... Oh Gott. Wo ist die Oma? Wo ist die Oma? Oma, 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 Oma. Wo ist die Oma? Hallo. Das ist bestimmt Evelyn. Äh, hier hat alles begonnen und hier wird alles enden. Was ist das für ein Geräusch? Ach, hier, er hier. Oh Gott. Alter. Macht doch nicht so was. neben mir. Dich nehmen wir noch mit. Boah. Boah, mir rutscht gerade das Herz so was voll in die Hose. Das ist so... abnormal. Ich habe mich nicht erschrocken. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg. Flashbacks schon wieder. Aber, hä? Aber wir waren nicht da, oder was? Oder wie? Okay. Okay. Was ist das hier? E001. Und, was ist das hier? Die Oma. Die Oma. Ja, aber hä? Ich schnall's gerade nicht. Jetzt sind wir wieder im Haus. Ich will nicht sein. Ich war froh, dass ich hier raus war. Wieso bin ich schon wieder hier? Oder warte mal. Kann es sein... Die Tür geht nicht weiter offen. Dein Telefon. Das kennen wir ja alles. Die Schuppel da geht nicht offen. Es ist aber draußen heller, ne, oder? Nee, doch nicht. Hallo? Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Aber, hä? Ich hab so ein bisschen so jetzt so ein Flashback. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, da spielt alle... Lass mich! Evelyn! Wie gröselig die da steht. Die soll aufhören damit. Geh weg. Geh weg. Lass mich. Lass mich. Ich geh auf die Toilette. Ich muss AA und pipi. Geh weg. Oh Gott. Die ist bestimmt jetzt weg. Ah, ich glaub... Oh nein. Ist das... Ist das wirklich so, was ich denke gerade? Oh nein. Wir waren gar nicht. Kann das sein, dass wir von Anfang an auch so ein Testobjekt waren? Boah, das wär so ein Plottwist, ne? Und dass Evelyn gar nicht mehr Evelyn ist, sondern Evelyn ist die Oma. Die ist doch jetzt weg, ne, oder? Geh weg. Kann er sein? Und wir haben quasi so eine Zeitreise gemacht? Äh, äh, hör auf. Was ist deine Scheiß? Warum sehe ich das? Hör auf dein Fels. Hör auf damit, Evelyn. Kann das sein, dass wir jetzt quasi in der Jetztzeit sind und alles schon... Und wir das nur alles Revue passieren lassen? Hör auf. Geh weg. Los das. Ah, guck mal, hier steht ein Bett. Okay. Die Sicherung ist raus. Das Klavier existiert noch. Die Tasse ist hier. Kein Fernseher. Ich blick's gerade nicht... Zeitlich, wo das jetzt spielt. Ich schnall's gerade... Ach, der ist aufs Bett gestiegen. Gott. Hör auf damit. Ich, ich, ich schnall... Ich schnall gerade nicht zeitlich, wo das Spiel ist. Ich bin gerade so ein bisschen... Mindfucking ist gerade so ein bisschen angesagt. Oh Gott. Geh weg. Wie steht er noch? Wie soll er weggehen? Hö.